So, wir sind also in Weißlauf. Ähm. Na klar, ich komm da hin und schlieb gleich Stress. Hat's ja mal vergessen. Okay, so viel dazu. Ach, ja. Gut, dann sind wir jetzt wohl in The Whiterun. Hm. 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 Okay. Ja, Gespräche belauschen lassen wir erst mal. Wir laufen mal irgendwo hin. Okay, hier ist scheinbar ein Marktplatz, wenn Marktzeit ist. Also jetzt gerade nicht. Also, ab in die Taverne, trinken. Denn beim Trinken lassen sich immer die besten Gerüchte irgendwie aufschnappen. Oh scheiße, ich hab diesmal gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen hab. No. Na, quatsch mal die mal an. Hallo Hulda. Waldheim-Keeb. So. Machen wir das doch mal. Wo führt unser Wegweiser uns denn hin? Oder warte mal, gucken wir mal auf diese tolle Landkarte. Nach unten. Oh, ah, hm, okay. Ja, gut. Swing. Ja, gut, ich muss jetzt mal irgendwie auf gut Glück und, äh, auf Gefühl spielen. Ich hab, oh, oh, ich hab meinen Wecker entdeckt. Ich versuch den mal irgendwie heranzuziehen. Ähm, ja, ich spiel mal so bis 59. Das könnte hinkommen. Oh, ich hab mir sogar nicht wehgetan. Sehr schön. Oh, warte mal, da war doch was. So, damit ich hier nicht in die falsche Richtung gelenkt werde. Ich wäre nämlich glatt dem falschen Pfeil hinterhergelaufen. Aber das kennt man ja von mir. Wenn ich immer ungefähr drei Quests gleichzeitig offen haben muss. Und dann wieder keine Ahnung hab, wo ich gerade hinlaufe. Wenn ich dann schlussendlich wundere, wo ich gelandet bin. Ja, ich hab so in der Tat mal zu Fuß, nicht per Schnellreisesystem, äh, ungefähr ein Drittel der Karte hinter mich gebracht. Und wer das Spiel kennt, weiß, ein Drittel der Karte so zurückzubringen. Oh, äh, zurückzulegen. Gehört nicht so zu den besten Ideen, die man haben kann, wenn man gerade, also... Oh Gott. Jetzt war auf jeden Fall dumm. Das können wir mal so festhalten. Wir haben eine neue Farm entdeckt. Hallo, Kuh. Oder Rind. Keine Ahnung. Ja, nehmen wir mal die Brücken. Nicht, dass wir hier noch abgetrieben werden. La 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 la. Oh, warum? Okay. Gleich mal ein Special Move gemacht. Einfach so. Ja, ich glaube, ich lasse die Messerchen besser gleich draußen. Oh, ich kann ja auch noch leveln. Das sollte ich vielleicht mal machen. Ich sollte vielleicht auch ins richtige Menü gehen, um das zu machen. Ja, kann man immer gebrauchen. Oh, ich kann sogar zweimal leveln. Was zum Teufel. So, wo ist hier? Schleiche. Dann. Okay. Und Bogenschießen. Wunderbar. Kann ja nichts mehr schief gehen. Ist schon wieder... Ach. Ist mir jetzt zu blöd. Warte mal. Imperial Bow. Nord Bow. Plus 13. Ja, okay, der ist besser. Dann nehmen wir den auch gleich mal. Oh, das war gut. Ähm, ist teuer, ist, äh, Geld, nehmen wir immer. Ähm, das ist auch teuer. Ist nicht so teuer. Mal hier. Ja, das kann man später auch verscheuern. Wo sonst noch was? Oh, die haben da gerade jemanden niedergemacht. Eine Korpsnote. Was ist das denn? Nehmen wir einfach mit. Lesen wir mal später, wenn wir Bock drauf haben. Die alte Korpsnote. Ja, toll. Lauf weg mit meinem Pfeil im Rücken. Den brauche ich vielleicht noch. Nut. Wunderbar. Wunderbar. Oh Gott. Obwohl, manchmal fallen einem auch die an. Sind die aber von irgendwas verzaubert. Ich bin lustigerweise mal irgendwo von einem Fuchs, äh, hallo? Äh, von einem Fuchs angefallen worden, der auch offensichtlich verzaubert war. Die fangen dann irgendwie an, so grün zu leuchten. Das machen Füchse ja normalerweise nicht. Und ich komme vom Land, ich weiß Bescheid, wie das ist. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe aber da tausendfach durch die Gegend bin ich da gelaufen. Aber niemanden gefunden, der potenziell diesen dösigen Fuchs hätte verzaubern können. Oh ja. Gott, Alter, du bist auch zu blöd zum Weglaufen. Ich hätte dich schon zehnmal abschießen können. Hallo. Bleh. Dummes Tier. Ich kann vielleicht mal... Achso, das ist bestimmt der, der mich entdeckt hat. Oder auch nicht. Naja, soviel zum, ich schleiche mich an. So, was haben wir denn hier? Geld nehmen wir. Das nehmen wir nicht. Oh, da sind aber ziemlich viele rote Punkte, das gefällt mir nicht so. Na, ich habe es mir schon fast gedacht, dass ich das nicht kann. Wetten, wenn ich aufmache, steht er direkt dahinter. Naja, fast. Wo hat deine Mutter? Hm, Fläschchen. Ja, 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 ja. Okay, ich habe da gerade irgendeinen Mechanismus gelöst, was ich vielleicht klugerweise nicht hätte tun sollen. Ähm, ja, ja, ja. Ja, warum? Ja, kann ich verscheuern. Also, gleich mal auf die Zurück-Taste. Nicht, dass ich mir wehtue. Okay, ist aber scheinbar nichts passiert. Ähm, hm. Ja, ich würde mal sagen, ich mache mal jetzt spontan Pause. Weil, wie man sieht, wird das Eukchen da kleiner. Eukchen. Ich meine Euklein. Und mein Sneak increased gerade wieder voll. Äh, soviel dazu. Och. Okay, ich werde jetzt mal ganz fix hier so Sachen schlucken. Äh, so, so, so Potions. Äh, 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 okay. Dann werde ich hier so einen Throast-Bite-Venom nehmen. Und ihn, äh, totschießen. Und er leuchtet grün. Oh, okay. Proventus Aveniti. Ähm, wir nehmen erst mal die Sachen mit, die wir teuer verkaufen können. Ja. Äh. Äh, na gut, wir haben genug Tragenkapazität, also drauf geschissen. Ich glaube, das ist, äh, ein bisschen besser als der Dolch, den ich gerade habe. Äh, genau. Iron und Steel gibt es. Ähm, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Er hat aber nicht so einen schönen Dolch. Das sind aber noch mehr. Ich mache jetzt trotzdem erst mal Pause. Ich stelle mich mal hier kurz vor die Tür. Und, ähm, genau. Wir machen dann später von hier aus weiter. Onge am Ende aller. am Gun Shaw. Und, ähm, komm live Skype. Und ich bin ihr Corn Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020